Hallo und herzlich willkommen bei der Alpenacademy. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es um das Thema Bergsteigen. Und zwar geht es vor allem darum, mehr Höhenmeter zu schaffen. Hauptsächlich ist das möglich mit stärkerer Beinmuskulatur, denn beim Bergsteigen beanspruchen wir hauptsächlich Füße, Wadenmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskulatur. Und wenn man mehr Höhenmeter machen möchte, dann muss man versuchen, die zu stärken im Bereich der Kraftausdauer. Wenn man aber jetzt gerade nicht Bergsteigen gehen kann, um zu trainieren, dann muss man sich was anderes einfallen lassen, zum Beispiel eine Art Homeworkout. Und da gibt es verschiedene Level, aber bevor ich zu den Übungen komme, noch ein wichtiger Hinweis. Wer Knieschmerzen oder Hüftschmerzen oder andere gesundheitliche Probleme hat, sollte sich bei den Übungen erstens mal ein bisschen behutsam vorgehen und zweitens Level 1, Level 2 und Level 3 nacheinander ausprobieren. Ein anderer Punkt ist, wer zum Beispiel von den Kniebeugen, das ist die erste Übung, 200, 300 am Stück zusammenbringt, der ist eindeutig schon zu gut für diese Übung. Das ist dann mehr eine Ausdauerübung und kräftigt die Oberschenkel eigentlich gar nicht mehr. Anfangen tut man immer bei Level 1 und das ist in dem Fall die leichteste Übung, das sind die Kniebeugen. Die Kniebeugen leben davon, dass man sie richtig macht. Das bedeutet, jetzt auch auf unebenem Grund geht das ganz gut. Man stellt sich breitbeinig hin und dann geht man in die Knie, das Gesäß nach unten und versucht so tief wie möglich nach unten Richtung Boden zu gehen. Dabei sollte der Rücken möglichst aufrecht bleiben, denn ein krummer Rücken verlagert die Last nach vorne und das wollen wir ja vermeiden. Immer wenn wir die Last nach hinten bekommen, muss der Oberschenkel arbeiten, um das Gewicht zu stabilisieren und genau diese Arbeit erzeugt letztlich den Kräftigungseffekt. So, und im Prinzip funktioniert das auch auf unebenem Grund. Dann trainiert man ein Bein mehr als das andere und im Prinzip kann man dann die Hände falten oder über den Kopf legen. Es ist eigentlich egal, was man mit den Armen tut. Und dann geht es nach unten. Man versucht die Knie nicht zu weit über die Füße zu schieben, sonst verlagern wir wieder das Gewicht nach vorne, was wir eben nicht wollen. Und wir versuchen möglichst die Last in den Fersen zu behalten. Und dann stehen wir wieder auf. Auf flachem Grund, zum Beispiel zu Hause im Wohnzimmer, funktioniert das Ganze deutlich besser, aber es gibt keine Ausreden. Und deswegen zeige ich es jetzt euch nochmal auch von hinten. Man geht tief in die Hocke und steht dann wieder auf. Der Rücken bleibt gerade, die Schultern bleiben hinten, sonst erzeugen wir wieder den krummen Rücken. Das ist Level 1. Wer das gut kann, und das können viele, vor allen Dingen die Leute, die gern wandern gehen, haben die Kniebeugen relativ gut drauf. Level 2 ist dann schon etwas anspruchsvoller. Wir versuchen, das Bein, ein Bein nach oben hoch zu lagern. Das können wir zum Beispiel zu Hause mit der Couch machen, in dem Fall mit einem Erdhügel. Und gehen dann nach vor in das eine Knie und stehen wieder auf. Es ist eine Art Ausfallschritt. Er wird aber dadurch schwerer, dass wir das eine Bein nach oben verlagern und dadurch relativ wenig Gewicht auf das entlastete Bein legen können. Dadurch wird die Übung schwerer. Auch hier versuchen wir wieder mit dem Knie nicht über die Zehen zu kommen, sondern immer schön möglichst über der Ferse zu bleiben. Und so können wir diese Übung dann auch etwas schwerer gestalten, indem wir den Fuß weiter nach vorne platzieren. Und haben dann so einen deutlich intensiveren Effekt auf den Oberschenkel, beziehungsweise auch hier auf die Gesäßmuskulatur, den Gluteus Maximus und hier auf den Quadrizeps. Wer vor allen Dingen Probleme mit hohen Schritten hat und auch diese Übung schon gut beherrscht, kann sich mit den Pistol Squats beschäftigen. Die Pistol Squats sind eigentlich die schwerste Übung in Bezug auf die Beinarbeit, wenn man kein zusätzliches Gewicht nimmt. Und Pistol Squat funktioniert so, am Anfang sollte man besser den Pistol Squat mit dem Bein nach hinten machen. Also man geht einbeinig in die Knie und steht wieder auf. Später kann man aber dann auch die Übung gerade ausgestreckt machen. Eine deutlich höhere Last für das Knie. Wer sich mit den Ausfallschritten, mit den erhöhten Ausfallschritten oder den Kniebeugen schwer tut, sollte sich von den Pistol Squats fernhalten. Vor allen Dingen auch die Knieschmerzen können, wenn man sie hat, durch Pistol Squats verschlimmert werden. Was es mit Knieschmerzen auf sich hat, das ist dann Thema für ein anderes Video. Vor allen Dingen ist der Pistol Squat eben für die ganz hohen Stufen super, um hier eine bessere Kraftübertragung vom Gluteus Maximus. Also ich zeige das da von der Seite. Vom Ansatz, vom Antritt über diesen hohen Bogen nach oben. Also dieser hohe Schritt nach oben, den man manchmal machen muss, um Stufen zu überwinden. Das sind die drei Übungen, die euch dabei helfen können, auch wenn ihr nicht gerade am Berg seid, so wie ich gerade, eure Beinarbeit bzw. eben eure Kraft in den Oberschenkeln zu verbessern. Ein kleiner Punkt noch zum Thema Wiederholungen. Bei den Wiederholungen sollte man sich danach richten, wie viel man schafft. Also diese Set-Angaben sind meiner Meinung nach ziemlich sinnlos, zu sagen immer zehn und davon fünf Sets. Sondern man macht folgendes, wenn du zehn Kniebeugen zum Beispiel schaffst oder Pistol Squats, ist eigentlich egal bei welcher Übung, dann machst du deine zehn Wiederholungen, bis du nicht mehr kannst, machst fünf Minuten Pause und dann machst du wieder zehn Wiederholungen. Wenn du nicht zehn Wiederholungen schaffst, ist das egal, du machst trotzdem wieder fünf Minuten Pause und machst das so lange, bis du nur noch 20% deiner Maximalleistung schaffst. Bei zehn Kniebeugen wären das dann zum Beispiel zwei Kniebeugen. Wenn nicht mehr mehr als zwei Kniebeugen gehen, ist die Übung damit absolut beendet. Ein kleiner Punkt noch zum Thema Kraftausdauer. Die Kraftausdauer kannst du erhöhen, indem du zum Beispiel Treppensteigen gehst. Wenn du in einem Wohnhaus wohnst, nimm öfter die Treppe oder am Weg zur U-Bahn. Da ist das Stiegensteigen, vor allen Dingen das sehr schnelle Stiegensteigen, herausfordernd für den Quadrizeps und auch den Gluteus Maximus. Das ist keine reine Kraftübung, sondern eine Kraftausdauerübung. Das kann man übrigens auch super am Berg machen, indem man einfach bei seiner nächsten Tour statt dem normalen, immer gleichen, durchschnittlichen Tempo mal schnellere Sprints oder eben schnellere Passagen einlegt. Und im Prinzip funktioniert das so, dass ich, wie man es auch auf einer Stiege machen würde, statt dem normalen Gehen einfach einen ganzen Zahn zulegt und versucht, immer schneller die steilen Passagen hinter sich zu bringen. Wenn die steilen Passagen hinter einem liegen, spürt man normalerweise im Quadrizeps genau den gleichen Effekt, wie man ihn auch zum Beispiel nach den Squats, also nach den Kniebeugen spüren würde. Das ist aber trotzdem nicht genau dasselbe, weil die Squats eine reine Kraftübung sind und in dem Fall auch die Ausdauer über die Zeit inklusive der echten Bewegung, die beim Wandern dann auf einen zukommt, simuliert werden. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, wie man seine Beinmuskulatur stärken kann fürs Wandern und Bergsteigen. Macht das immer, wenn schlechtes Wetter ist und ihr zu Hause bleiben müsst oder, wer kennt es nicht, mal wieder eine Pandemie im Haus steht. Und so werdet ihr auch fit für den kommenden Sommer und für die nächsten Bergtouren. In diesem Sinne wünsche ich noch viel Spaß bei den Übungen und am Berg. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und ansonsten sage ich nur, bergheil! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.